Moin Leute und herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Ihr seht dieses Deck, es ist absolut weird, es ist absolut katastrophal und wir werden es genau deswegen spielen. Zeppis Spam. Die neuen Balance Changes sind raus. Zeppis ist eine der Karten, die verändert wurde, die halt eben, ja, besonders gegen Prinzen, gegen Truppen, wo der Reset schnell kommen muss, stark sind, beziehungsweise sie sind halt sehr stark, wenn man sie setzt und sie sollen sofort reagieren. Allerdings sind sie auf lange Zeit halt nicht mehr so stark. Wir wollen herausfinden, wie stark die Zeppis allgemein sind. Und ob sie in diesem Deck jetzt gut funktionieren. Das Deck sieht absolut ekelhaft aus, aber genau deswegen habe ich jetzt einfach Bock drauf, weil wir einfach die Leute weg, wir werden sie wegfetzen mit diesem Deck. Und ja, falls ihr auch Lust habt, mit diesem Deck wegzufetzen, dann lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Da habe ich das gut übergeleitet, da habe ich gerade gut auf die Likes hingewiesen. Muss man sagen, war, kann man machen, oder? Guck mal, jetzt zum Beispiel gegen Prinzen ist geil, weil, also gegen Prinzen wird man jetzt gleich sehen. Jetzt, jetzt hier gleich, pass auf, Zeppi wird gleich zack, zack, schnell einen Hint machen. Und das war halt dann vorher nicht so. So, na genau, guter Hit, guter Hit. Ja, das war genau perfekt, genau so wollte ich es zeigen. Genauso ist genau das meine ich, Chat. Okay, deshalb wird natürlich jetzt nicht wirklich viel zeigen können, aber gut. Okay, er spielt mit EOS, okay, scheint irgendwie so ein... Ja, das ist gut für uns, können wir schöne, schön Dingsbums spielen und jetzt gleich hier in Hunter spielen. Aber ich weiß noch nicht, wieso er so aggressiv spielt. Wieso hat er überhaupt bei... Er hat doch gerade bei irgendwie 4 Likes hier Rambock hinten gespielt, hä? Also, wo ist da der Logik? Ich will einfach mal, ich will einfach mal machen. Ich will einfach mal machen, ich hab Bock drauf. Lass mich einfach mal machen. Lass mich mal machen, Chat. Hier kommt jetzt eine Alternative. Wo hat der Seppi denn jetzt den Firecracker gehittet, Junge? Der Seppi ist dann auch ein bisschen durchgecrackt, oder? Also, ganz weirdes Gameplay hier. Ganz, ganz weird. Ich muss sagen, ich bin, äh, surprise, surprise, surprise. Ja, der Logik ist fern, mal gucken. Ähm, ich würde sagen, wir bringen auch mal das nächste Code. Was einfach mal Druck machen. Der EOS ist da, aber auch mehr nicht. Okay, bringt die Bandit hin. Wir bringen gleich wieder den, den Dicken hier. Okay, kann er machen. Irgendwie haben wir nur ein Hunter. Kann connecten, von mir aus egal. Wir bringen Feuer, weil, okay, das ist natürlich jetzt teuer. Ich weiß nicht, ob das gut von ihm war. Ich weiß nicht, ob das gut von ihm war. Wir bringen auf jeden Fall jetzt einen Royal Giant vor. Und er hat jetzt halt, also wenn er jetzt Zappt oder so, dann hat er oder allgemein Spell spielt, um den Hunter zu können, hat er ein Problem. Okay, er hat Firecracker. Firecracker ist okay, weil Firecracker killt den Hunter und macht damage. Aber halt nicht viel, ne? Also es reicht ja nicht. Ähm. Ich würde sagen, wir spielen hohe Seppis. Die sollten sich ja jetzt darum kümmern. Jetzt sieht man den Charge, genau. Das ist halt geil gegen Prinzen und so ist geil. Ah, also ich muss sagen, mir gefallen hier eigentlich ganz gut. Wir können jetzt hier ein Erdbeeren bringen, um den Falleckracker zu killen. Der nur Level 12 ist. Wir bringen dann auch hier gleich den Koboldfass, da er kein Spell hat, um das direkt zu killen. Wir können dann hier hohe Seppis spielen. Wir können dann hier einen Hunter spielen, nachdem, oder der die Barbaren killt, wenn sie rauskommen. Genau. Ganz komischer Feuer bei Sepp. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dachte er einfach, dass das zeitlich gesehen reichen würde. Jetzt ist klar, dass jetzt eine Banditin kommt. Dann kommt jetzt hier ein Riesenskelett, das falls er zappt oder so, oder die Banditin dann wieder zurückläuft. Und dann haben wir das Game gewonnen haben. Also ich muss sagen, komisches Game, aber er hat auch einfach nicht so gespielt. Muss man ihn einfach lassen. Wobei, muss man ihn lassen, klingt, als ob es... Ja, das klingt irgendwie weird, das klingt falsch. Er hat einfach scheiße gespielt. Ja, let's go. Schönes Game, schönes Game, schönes Game. Das Deck ist ekelig. Ja, das Deck ist richtig ekelhaft. Das ist richtig würzig, wie Würz bin. Aber egal, wir müssen, das müssen wir so... Das müssen wir hinnehmen und wir müssen das Beste draus machen. Das blicken die Beds. Hat er noch was Großes? Nice. Er hat halt... Er hat halt den Erdbeam, ne? Er hat halt reingedonnert. Hm. 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 Wir bringen Riesenskett hinten. Das könnte Golem sein. Ja. Das hat sich damit dann auch erledigt. Das Geile ist, dieser eine Seppi, weil der klebt jetzt mit dem Golem. Seht ihr das? Wie der da klebt? Der klebt einfach dran und jetzt... Ja! Okay. Hat sich ja dann auch wieder erledigt. Ja, ich hab' ich gedacht, dass er so ein bisschen besser funktionieren würde. Skelettermil. Skelettermil. Ist die Frage, lohnt es sich da noch was vorzuspielen? Ich glaube nicht. Genau deswegen machen wir es. Einfach mal... gegen das, was wir denken. Okay, wenn er jetzt ein Eider hat, ist natürlich geil für ihn. Er hat ein Eider. Aber es ist auch Felix hier und das Riesenskett wird wahrscheinlich am Tower-Kannung. Aber es ist guter Damage. Es ist sehr guter Damage. Aber den Rechtturm werden wir so oder so bekommen. Okay. Er wird halt jetzt wahrscheinlich gleich ein Golem spielen. Das Problem ist halt, wir haben ein Problem gegen einen großen Push von ihm. Ich überlege gerade hätten... Bring mal die Skelettermil. Okay, bringt ein Mega-Menil. Und muss das noch 7. Das wird nämlich nicht reichen, ja. Und das ist jetzt genau das, was wir wollten. Das ist so gut für uns. Weil er hat jetzt so viele X-Tier committed. Und jetzt ein Golem zu bringen wäre Selbstwort. Okay. Er macht es trotzdem. Jetzt bringen wir hier noch Spatz. Und er wird halt kaum Schaden kriegen. Das war halt ganz schlecht von ihm. Ich weiß auch nicht, was er da gedacht hat, was er macht. Aber das war überhaupt nicht gut. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier auf jeden Fall durchkommen. Wir gehen jetzt rechts rein, weil ich habe irgendwie Angst, dass wir sonst nicht mehr den Turm kriegen. Deswegen gehen wir hier auch nochmal sicher. Okay, der Turm ist down. Bring hier noch das Riesenskelett. Okay, er macht was ganz komisches. Das ist gut für uns. Seppis. Und dann bringen wir gleich, wenn er in Poison bringt, dann bringen wir Kobold Fass und Royal Giant. Ja, sehr schön. Er oberstelle komplett rein in den Fisch. Und dann machen wir das hier. Und dann noch ein... Ne, machen wir nicht, weil er könnte noch Nado spielen. Aber es reicht, okay. Erdbeben reicht, sehr schön. Den hauen wir rauf und haben wir gewonnen. Ah, okay. Okay, interessant, okay, interessant. Er konnte uns gewinnen. Er hat aber auch schlecht gespielt, muss man sagen. Ich meine, wir wollen das Deck ja einfach testen. Die nächsten Tage wird mehr getryhardt. Heute testen wir nochmal. Und gucken halt, wie wir damit... Ja, wie wir damit klarkommen. Das Deck ist halt maximal... Ekelhaft irgendwie. Aber irgendwie... Irgendwie finde ich es gerade auch das, macht das Deck irgendwie aus. Das Deck ist einfach nicht gut, das finde ich nicht. Also das Deck ist auf jeden Fall gut. Damit sind auch einige Leute sehr, sehr hoch. Das ist so ein Deck, das ist immer mal wieder stark. Das ist jetzt kein sehr... konstantes Deck, weil es auch gegen viele Decks... Oder von vielen Decks countert wird. Aber es ist auf jeden Fall ein solches Deck. Also das kann man immer wieder spielen. Na, perfekt. Genauso wollte ich es machen. Mal riesen Skelett macht Ehre und drängt den Hunter weg. Können wir hier noch ein Erdbeben spielen und dann noch ein... Oh, richtig gut. Er hat so... Er hat so reingefailed. Die Valkyrie auch nochmal schön vorne platziert. Er dachte wahrscheinlich, dass wir das Cobalt fast bringen. Das ist halt extremst guter Damage für uns. Beziehungsweise, ne, jetzt ist der Turm. Damit haben wir nicht. Damit haben wir das Game eigentlich gewonnen. Also er hat so hart reingefällt am Start. Das, ja. Ist natürlich jetzt die Frage noch, ob er aufgibt oder nicht. Aber... Es sollte gewonnen sein. Deswegen werden wir jetzt auch auf jeden Fall das machen. Und gucken mal, was er jetzt macht. Weil das ist sowieso immer eigentlich ein guter Play, weil die Kinder können eigentlich nichts machen. Er gibt auf, sehr schön. So, wir spielen gegen Cycle Fast. Okay, Cycle Fast klingt jetzt schon mal für uns nicht so gut, weil gegen die Cycle Decks haben wir nicht immer Probleme. Mal gucken. Er spielt Ritter. Das können natürlich X-Bogen sein, können aber auch wieder Lockbait sein. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Wir spielen die Bats. Nee, wir werden die Oberkommission mal nicht rein. Sagen wir, wir machen es so. Wir bringen den Royal Diner einfach an die Brücke. Einfach, um ihn noch ein bisschen zu forsten, was zu spielen. Er dachte, ich spiele echt den... Das Kobot fast dahin. Das war ja übelst fail von ihm. Er dachte, ich spiele das Kobot fast auf den X-Bogen. Deswegen hat er da einen Ritter hingespielt und musste dann dafür noch einen Snowball spielen. Dadurch hat er jetzt kein Elixier und wir kriegen übelst viel Damage und haben Elixier-mäßig jetzt keinen großen Nachteil mehr. Das war die Skeletta-Armee. Er hat auch keinen Snowball mehr. Das heißt, er kann die Skeletta-Armee eigentlich nicht killen, wenn er jetzt nicht noch einen Zap hätte. So, Erdbeeren habe ich extra nicht gespielt, weil es könnte sein, dass er eben noch Pumpe spielt. Genau, das macht er jetzt auch. Das heißt, die Pumpe haben wir noch. Hab den vorhin gefacet. Alter, ist er gedroppt? Er cykelt fast, ne? Auf die Trophäen. Wir spielen hier die Zappis einmal hin, damit die dann resetten. Und dann haben wir das Riesungsgel. Das ist halt das Geile. Die Zappis fokussen halt so schnell und machen dann auch so schnell den Hit, dass das hier überhaupt kein Problem ist. Und das wird er auch nicht verteilt bekommen. Genau. Sehr schön. Der geht down und hat den Snowball gespielt. Das heißt, wenn jetzt der Turm auf den Zappi face, sollten wir übelst viel damage rausbekommen. Er hat nichts. Er hat nichts. Das könnte sogar der Turm sein, Juli. Nein, nicht ganz. Fast. Erdbeeren reicht. Und wir haben jetzt halt noch den Royal Giant. Er kann jetzt auch keine Pumpe setzen. Er wird vielleicht sogar noch Pumpe setzen, weil er verzweifelt ist. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein. Gucken wir, was er macht. Vielleicht gibt er auch auf. Der nächste Spieler, der wieder aufgegeben hat, kann man die Gegner geben in letzter Zeit oft auf. Finde ich zwar grundsätzlich gut, weil wir dadurch halt schneller gewinnen. Aber ist auch irgendwie komisch. Also die geben. Aber gut, ich meine, er hätte es auch nicht mehr gewinnen können. Ist halt Fakt. Eigentlich schlau von ihm. Eigentlich schlau von ihm. Mein Feedback zu diesem Deck ist, es ist ein... Ein ekelhaftes Deck. Es kann funktionieren. Ihr könnt es ausprobieren. Zappys sind okay. Zappys sind solide. Aber jetzt auch nicht super stark. Wird sich zeigen, wie stark sie dann wirklich sind. Aber... Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen.